Die Seite des Ichs in der Welt der Piktogramme Psychoanalytische Überlegungen von Pierre Ollonnier Teil 2 Was unterscheidet Ollonnier von Freud? Die Phase des Originärprozesses ist der Metapsychologie Freuds vorgelagert und erweitert diese. Was ist nun der Originärprozess? Er ist die erste Möglichkeit des Kindes in der Begegnung mit der Mutter, die Objekte der Welt zu metabolisieren. Zwei Aspekte sind für Ollonnier in diesem Prozess wesentlich. Erstens die Herrschaft einer Polarität von Lust und Unlust und zweitens das Piktogramm. Gehen wir jedoch chronologisch vor. Zunächst ist da eine Erregbarkeit, die ihre Wurzel im Körperlichen hat und ins Psychische mündet und dort eine Antwort fordert. Diese Erregung initiiert die Metabolisierung der äußeren Welt. Im Originärprozess vollzieht sich diese Metabolisierung in Form der Herstellung der Piktogramme, die zunehmend die Welt repräsentieren und immer mit einem Affekt einhergehen. Misslinkt diese piktografische Repräsentation, so ist es möglich, eine zum Beispiel negative Erfahrung halluzinatorisch zu positivieren. Also zum Beispiel das Hungergefühl bei Abwesenheit der Mutter durch eine halluzinatorische Vorstellung von Fütterung zu beseitigen. Ist die Produktion der Piktogramme erstmal angeworfen, fungiert sie wie ein Perpetuum mobile. Sie vervielfältigt sich immer wieder aus sich selbst heraus. So wird der originäre Raum ausschließlich mit Piktogrammen gefüllt und nichts anderes existiert in diesem Raum. Was sind nun die Bedingungen der Möglichkeit des Originärprozesses? Notwendig für diese Welt der Begegnung zur Mutter ist die Begegnung von Mund in seiner sensorischen Aktivität und Brust der Mutter als repräsentiertes Organ. In dieser Einheit vollzieht sich die Selbsterzeugung des Subjekts. Objekt, also Brust- und Sinnesorgan, werden als Eins erlebt und produzieren das Piktogramm. Diese Produktion geht einher mit einer Bedürfnisbefriedigung, das heißt einer Sättigung, die aus dem Körperlichen abgezweigt ist und Energie freisetzt. Ollonier nennt das Organlust. Doch weiter regieren Lust und Unlust als originäre. Lust in Form von Autoerotismus und Unlust als Selbstzerstörung. Aus diesem Zustand leiten sich zwei Formen der Weltflucht ab. Einmal das Verbleiben in dem Zustand der Verschmelzung, eine Art Nirvana-Prinzip. Zum anderen die Verweigung in Form des Todes-Triebes-Freuds. Dieser versucht die Wünsche zu negieren und ist Folge der zwingenden Bindung von Psyche und Körper. In diesem Sinne kann die Psyche den Körper hassen, da der Körper nicht den Möglichkeiten der Seele in ihrer möglichen Fähigkeit zur Halluzination folgt und sie immer wieder daran erinnert, Unlust zu empfinden zu können. Gleichzeitig ist der Körper für die Psyche ein notwendiges Übel. Ohne ihn wäre sie nichts. Wie entsteht nun das so eigentümliche und unvorstellbare Piktogramm? Das Piktogramm entsteht in einer engen Beziehung zum Körper und steht am Anfang der Ununterscheidbarkeit von Mund und Brust. Wie kommt es nun zu einer Produktion von etwas Psychischem? Für Ollonnier wird diese Metamorphose durch ein Triebmoment ausgelöst, das sich auf einen sinnlichen Vektor stützt. Dieses Triebmoment leitet eine Bewegung ein, die Geburt der Psyche. Im Kontext der Erfahrung im Stillen kann der Säugling Lust generieren und produziert Piktogramme. Doch was ist nun eigentlich das Piktogramm, um das wir seit geraumen schwadronieren? Das Piktogramm ist ein einheitliches Bild der erogenen Mundzone und der Brust, das die Dualität von sensorischer Zone und erregenden Objekt auflöst. Das Piktogramm ist total, unaussprechlich, ohne Sprache, ohne Bezugnahme. Das Piktogramm nimmt gleichzeitig alle Zonen-Objektfelder ein und produziert einen Zustand körperlicher Einheit. Andererseits kommt es auch zur Erfahrung der Unlust mit einhergehenden Impulsen der Fragmentierung. Diese können zu Anästhesierungen unterschiedlicher Körperregionen führen, was den Ursprung mancher psychosomatischer Erkrankungen erklärbar macht. Auch werden in der Fragmentierung die Objekte zu bösen Objekten in ihrer Abwesenheit und Abstoßung. Was dieser Fragmentierung jedoch neben dem Einheitserleben im Piktogramm der Zone Mund entgegen wird, ist die Milch. Diese ist nicht nur lustvoll, sondern stellt auch selbst die psychische Einheit her. So wird der Mund zum Piktografischen Repräsentanten aller Zonen, was dessen Bedeutung auch in der Mechanik des Verschlungenwerdens oder des Einverleibens deutlich macht. Das Zone-Objekt-Piktogramm, also der Mund und die Brust, kann unterschiedlich verfasst sein. Einmal lustvoll im Moment der Anziehung, dann wieder unlustvoll im Moment der Abstoßung. Beide Momente wirken während des Gesamten als eine Art Hintergrundrauschen im seelischen Apparat. Was meint Ollonnier damit? Sie meint die psychische Möglichkeit der Sekundär- und Primärfunktionen, also der Sprache und der Fantasie, zu brechen und das Individuum fällt in das Originäre. Und in diesem Zerfall geht eine Verkörperlichung der Affekte im Originären einher, welche im Körper wie Hieroglyphen operieren. Aber es ist nicht nur ein Zerfall der Primär- und Sekundärfunktionen, also der Sprache und der Fantasie. Auch können Piktogramme das Denken wie in der Psychose okkupieren. Der Betroffene kehrt dann in den Originären-Modus der Ununterscheidbarkeit zurück. Wir können also jederzeit auf den Originär-Prozess zurückfallen. Aber wie geraten wir vom Originär-Prozess in den Primär-Prozess? Also wie verläuft der Eintritt in den Prozess des Primären, also der Welt der Bilder, der Vorstellungen, des Imaginären? Wir haben sie bereits kennengelernt, die primäre Gewalt der sprechenden Mutter, die das Kind überfordert. Die primäre Gewalt, so absurd es wirkt, setzt die Bewegung in den Primär-Prozess in Gang. Das Kind gerät dadurch in Soziale und in die Kultur. Was hat uns Pierre Ollonnier, eine so erfindungsreiche und im Deutschsprachigen weitestgehend vergessene Analytikerin zu sagen? Ollonniers Ansatz bietet eine fruchtbare Erweiterung der freud'schen Metapsychologie. Indem sie von der Psychose ausgeht, ist es ihr möglich, Einblicke in die Entwicklung vor der Ich-Genese zu gewinnen. So bietet der Originär-Prozess mit seinen körperlichen Gegebenheiten Zugang zu psychosomatischen Zuständen, Schmerzzuständen oder Essstörungen. Die Psychoanalyse wird bei Ollonnier wieder verkörperlicht und gewinnt somit einen Raum vor der Ich-Entwicklung. Sie erweitert die freud'sche Psychoanalyse mit der Einnahme eines Raumes, der sich vor dem Ich aufhält. In diesen herrschen die Piktogramme, die gemäß den Gesetzmäßigkeiten der Anziehung und der Abstoßung operieren und eingeschrieben sind in die von der derzeit institutionalisierten Psychoanalyse vernachlässigten Provinz des Körperlichen. Die Entdeckung des Originär-Prozesses ist in ihrer Verwicklung von Körper, Geist und Seele auch Subversion. Subversion gegen ein Denken, das sich gegen Raum des Sekundär-Prozesses, d.h. der Logik, des Rationalismus und der Nackenvernunft stellt. Dieser Raum wird heute vom galileischen Paradigma der Mathematisierung und des Experiments verstellt. Dies ist unsere neue Weltreligion, wie sie Giorgio Agamben nennt. Die fatalen Konsequenzen dieser postmodernen Religiosität sind aktuell global zu besichtigen. Doch da gibt es noch etwas anderes. Und das lehrt uns Pierre Aulonnier. Wir sollten deren Einsichten zur Kenntnis nehmen und das Originäre in unsere Welt wieder eingemeinten. Zum Wohl unserer Seele und unseres Körpers, der so zugerichtet wurde.